Was ist meine Empfehlung für einen Podcast, mit dem Sie sich auf die FSP vorbereiten können? Natürlich deckt ein Podcast nicht die gesamte FSP-Vorbereitung ab, aber Sie können damit natürlich sehr gut das Hörverstehen, sowohl in der allgemeinen als auch in der Fachsprache, trainieren. Das Hörverstehen. Sie brauchen natürlich noch andere Skills, um eine FSP erfolgreich zu bestehen, aber das ist schon mal ein guter Start, dass Sie also hier gute Muttersprache zu medizinischen Themen hören. Nun gibt es sehr, sehr viele Angebote in diesem Bereich und ich kann sicherlich nicht sagen, dass ich alle möglichen Angebote mir da angeschaut habe, aber über die letzten etwa acht Jahre, die ich das ja hier schon mache, habe ich natürlich sehr viel gehört und auch sehr viel davon aussortiert. Ich beginne mal gleich mit meiner absoluten Empfehlung, nämlich dem Favoriten NDR Visite. Das zeige ich Ihnen mal, wie das Ganze aussieht. Hier haben Sie relevante Themen, was sehr wichtig ist für die FSP-Vorbereitung. Sie wollen nicht nur irgendwas hören, Sie wollen möglichst ja auch hier Bluthochdruck, Corona, Entwässerung, na ja gut, vielleicht auch nicht, irgendwelche Hausmittel. Aha, auch interessant, wenn die Patienten mit ihrer Allgemeinsprache kommen. Und hier allein die ersten drei Themen, die hier sind, Schwindel, Übercholesterinämie, Hüftab, also alles Dinge, wo Sie sofort merken, oh ja, das passt auch thematisch zu einer FSP. Dann sind diese Beiträge sehr schön produziert, sehr abwechslungsreich. Das Ganze ist aber auch nicht irgendein Gossip, sondern sehr seriös. Also einfach wirklich höchste Qualität, meine absolute Empfehlung und sogar so gut, dass selbst ich mir da manchmal ein Video angesehen habe, einfach aus Interesse. Das kann ich Ihnen also uneingeschränkt empfehlen. Und wenn Sie das machen, brauchen Sie eigentlich auch nichts anderes mehr. Wenn Sie trotzdem noch irgendeine Variante suchen, dann ist sicherlich der Deutschlandfunk-Sprechstunde auch gut. Hier haben Sie eine exzellente hochdeutsche Aussprache. Also wenn Sie jetzt Bayrisch lernen wollen, passt das sicherlich nicht. Da müssten Sie vielleicht in die Regionalkanäle irgendwo so reinschauen. Hören Sie ein bisschen Bayern 3 sozusagen. Also ist auch hervorragend, kann man absolut machen. Und dann hier auch noch in der Kategorie 2 sehr gut. Und auch wieder der NDR, wo wir ja gerade schon die Visite hatten, hier mit den Ernährungs-Docs. Man denkt zuerst, aha, geht es hier nur um Ernährung? Nein, nicht ganz. Es werden natürlich versucht, hier bestimmte Probleme mit Ernährung zu lösen. Aber Sie haben bei den Themen also auch sehr, also Rezepte müssen Sie ja nicht unbedingt lesen. Aber hier, schauen Sie mal, die Themen, die hier kommen, sind also dann doch die Volkskrankheiten. Bluthochdruck, Migräne, Schlafapnoe, wissen Sie. Also das sind genau die Dinge, wo Sie dann sehen, oh, es geht dann doch um sehr relevante Erkrankungen und Krankheitsbilder. Und genau das ist, was Sie wollen. Und die letzte Empfehlung, die keine wirkliche Empfehlung mehr ist, ich habe es auf die Liste genommen, weil es einmal da war und weil es häufig empfohlen wird von Leuten, die, wie ich denke, eben keine wirkliche Einschätzung geben, sondern einfach nur irgendwelche Podcasts auflisten. Abenteuer-Diagnose. Also hier geht es um rätselhafte und ungewöhnliche Symptome und Krankheitsbilder. Das ist nichts, was Sie primär für eine FSP spezifisch ja Ihnen viel bringt. Ich habe hier mal zwei gehört vor, ja, vielleicht ein, zwei Jahren schon. Und ich muss sagen, also ich habe es kaum durchgehalten, mir das also anzuhören, was da diese ganze Geschichte war. Und also ist nicht wirklich was, wo ich sage, dass das die erste Wahl ist. Ja, das ist ein Mittel der Reserve eventuell, aber das brauchen Sie nicht mehr, wenn Sie zwei Gute haben. Also Sie brauchen eigentlich nur einen guten und das ist erledigt. Und wenn Sie das dann noch ergänzen wollen mit Ernährungs-Docs und Deutschlandfunk vielleicht, dann haben Sie mehr als genug Material. Schaffen Sie sowieso alles gar nicht, sich anzuhören. Also Sie brauchen keine Liste mit 30 Podcasts, sondern Sie brauchen eine ordentliche Empfehlung, mit der Sie einfach das lernen, was Sie brauchen und das ganze Thema ist erledigt. Und das habe ich Ihnen hiermit gegeben. Ich habe mir ja nun wirklich sehr viel angehört über die letzten acht Jahre, die ich in diesem Thema intensiv arbeite. Und habe ja sicherlich auch außer dieser Arbeit hier für Sie im FSP-Bereich noch einiges auch mit Medien und Podcasts zu tun, sodass ich mir, glaube ich, hier schon ein Urteil erlauben kann. Es gibt dann natürlich auch noch die Podcasts von den großen Medizinverlagen und Anbietern und so weiter und so weiter. Das kann man sicherlich machen. Aber warum ich jetzt die hier ausgewählt habe, ist einfach, weil das sind öffentlich-rechtliche Produzenten. Sie kriegen das Ganze kostenlos und das Ganze ist unabhängig von irgendwelchen Medizinverlagen. Also das können Sie einfach machen und das ist auf jeden Fall gut. Ich wünsche Ihnen damit natürlich sehr viel Spaß und Erfolg und das ist eigentlich alles. Also viel Spaß.